guck es geht noch billiger 3,5 tonn extra für mich so aber ist dunkel hier jemand hat da um mich liegt angelassen oder licht angemacht wie auch immer ich gehe mal nach oben das ist aber gefährlich diese leiter ist noch nicht fest leute das geht ja gar nicht ach das ist klar wenn das hier nicht richtig dran ist guck mal hier so geht das mit einer hand ist das auch schlecht so so guck mal ich habe mein bett gefunden ich schlafe oben verdammt noch mal macht das licht aus kommen wir gar nicht dran ja da muss es anbleiben ich wollte jetzt nicht so hoch gehen und dann hier noch runterfallen aber das ist cool leute das ist wunderschön hier es ist aber ein fort fort wir fahren fort und hier gibt es auch stauraum hier ist ein doppelbett drin das ist ja süß leute dann werden ja die kinder herzen sich freuen mensch meyer und eine dusche gibt es auch so wie in der anderen hier ist die wenn man das zu machen ein klo hier ist ein doppelbett drin ich werde verrückt leute ich werde verrückt das ist doch wunderschön und was ist mit dem kühlschrank hier wartet mal der geht wo geht er denn auf ich wollte mal den kühlschrank aufmachen ja der reicht doch für eine person und für den hund ich meine hallo jacko kriegt ein eigenes bett leute was für geil es ist so dunkel hier ich glaube ich muss das mal filmen ich mache dann mal licht an wartet mal so jetzt könnt ihr das bett von jacko sehen ich meine wenn 2020 leute ich spare ich spare natürlich bis dahin brauchen wir nach stand dieses preises hier von der kann ich euch gleich noch mal zeigen oh was ist das denn hier schon kaputt oder wie sieht das aus ist das auch da so ne oh oh ich muss ich kann ich kann ich kann das hier noch den preis reduzieren auf 20.000 vielleicht weil das ding schon kaputt ist jawohl ne also licht können wir ausmachen oder anlassen ist auch egal wenn er dinge nicht mehr anspringt müssen sie halt überbrückungskabel nehmen und hier guck mal hallo das sind doch so viele dinger die sind schon kaputt ja ist es denn war da kann man doch gleich den ganzen preis noch reduzieren das teil ist als schon noch das war wohl schon gebraucht dieser dieser schöne dieses schöne wohnmobil hier wahrscheinlich mit kinder und so ne da guckt das gas schluss für die heizung wahrscheinlich und für diese platten hier also ich meine nicht platten sondern doch genau hier ist mein schrank für die zukunft habe ich mein neues meine neue wohnung gefunden so jetzt werde ich mal vorne kurz mal gucken wie das dann so sich anfühlt da vorne zu sitzen ich nehme meine tasche wieder mit ich habe hier eine tasche da ist mein trinken drin ich habe übrigens vorhin bei so einer dings mitgemacht habe ein bisschen drum an rad gedreht ne leute und habe eine weste gewonnen die kann ich euch doch zumindest mal zeigen ach gleich also wenn man jetzt so guckt ne ne doch keine flecken ich dachte schon das sah so aus aber hier guck da dieses ding ist schon sehr sehr gebraucht und die gebrauchsspuren sieht man natürlich auch aber ich meine ja nur ich brauche auch keinen neuen ich nehme auch wohl einen alten gebrauchten gebrauchten für die zukunft ist das nicht schön guckt euch das mal an soll ich mir vielleicht doch ein fort kaufen so jetzt guck mal hier anschnall ich kann wie viele leute kann ich noch mitnehmen vier leute kann ich mitnehmen hinten kann noch vier leute mit fahren wenn ich möchte oder nur zwei oder ein hoch ich nehme die leiter mit hilfe aber ich möchte mal wirklich sagen das ist ich brauche auch kein fernseh leute wenn ich hier mein büro einrichte wenn ich mobil bin demnächst also ich meine mein laptop schreibe ich meine bücher von hier und ich meine die farbe na gut hätte auch weiß sein können aber so dunkelbraun ist auch ganz nett und ein doppelbett also daran hatte ich noch nie gedacht aber ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht so ein doppelbett ich schlafe ja sowieso gerne oben also und ich denke mal das kann man hier auch als bett machen noch weiß ich nicht habe ich mir noch nicht angeguckt genau ich denke schon dass man hier die polster hier das kann man auch also es ist auch ein bett hier wenn man das umbaut aber ich schlafe dann oben oder hier oben hier kann man auch schlafen ich bin ja sowieso nicht so groß das ist sozusagen schon kinderbett wenn ich da noch zwillinge kriegt dann kann ich da alle hier reinpacken nein das war jetzt nur ein scherz aber ehrlich und geko der freut sich wenn er so ein großes bett kriegt ehrlich und mein schatzi den lege ich hier vorne hin wobei ich weiß nicht ich denke mal das ist ihm zu klein er ist ja ein bisschen größer 1,70 m ist mein schatzi wie groß ist denn das bett hier das wird ihm ein bisschen passen ach mein gott ich fahre alleine leute ich fahre sowieso alleine mit jacko was soll denn der scheiß was mache ich mit dem kopf und wenn dann muss er sich die füße einziehen ne wenn er dann mal mitkommen möchte guck mal ich habe sogar einen fernseher oh das habe ich gar nicht gesehen leute ich kann von hier ich kann von hier guck mal garderobe ich kann jetzt hier sitzen ne und dann von hier gucken was für ein traum ja geil das ist ein wunsch ein großer wunsch leute 2020 glaubt dran ich glaubt dran ich vertraue mir dass ich so ein schönes wohnmobil dann in zukunft fahren werde jawohl ach ja jetzt kann ich euch auch mal die toilette noch mal mit ein bisschen licht zeigen guck mal hier oh gott oh gott mama mia hilfe ich bin ganz verrückt oh yeah ich zieh gleich ein super ich bin ganz glücklich wahnsinn ja das war es dann erstmal von hier ich guck mir noch ein paar andere an aber leute ich habe mich verliebt ihr könnt es glauben ich habe mich jetzt in einen fort verliebt in einen fort und ich gucke jetzt noch mal ich gehe nach draußen ich zeige euch noch mal genau die beschreibung dieses dieses wohnmobiles damit wir auch wissen und ich mir das so schön festhalte hier dass ich so einen wagen haben möchte so kann man das sehen warte mal das ist viel zu hell jetzt ne aber doch so den preis könnte man auch drücken bei den ganzen kaputten sachen die da drin sind aber egal ne also ich merke mir das so ähm ja 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 Guck mal, der ist sehr hoch. Einen wunderschönen Hallöchen ihr Hübschen. Einen wunderschönen guten Abend, nein Quatsch. Hier ist mein Wunsch Wohnmobil mit Doppelbett. Mit Doppelbett, äh Doppelbett, Doppelbett. Für Jacko ist unten Platz sozusagen. Yeah! Ich wollte mich sozusagen mit diesem Video hier für dieses Wohnmobil bewerben. Scherz. Ehrlich. Ich komm hier nicht mehr weg. Ich komm hier nicht mehr raus. Ich zieh gleich ein, Leute. Hier. Oh, wunderschön. Und da unten. Es ist wundervoll. So, und das beste Bett ist eigentlich hier oben. Mein Stück. Yeah! Ich hab schon so viel Energie reingesteckt, dass keiner mehr hier reinkommt. Schätz. Also 2020 denke ich mal, dass es 20.000 vielleicht oder 15.000 dann kostet, wenn er noch hier ist. Ansonsten denke ich mal, dass es heute noch jemand gibt, der diesen kauft. Hallo! Das ist sehr schade. Für mich, aber für die anderen nicht. Naja. Oder vielleicht morgen. Morgen ist nämlich hier auch noch Messe. Also ihr könnt morgen auch noch auf diese Messe gehen. Ich werde das Video nachher noch irgendwie hochladen. Vielleicht schaffe ich das noch. Von 10 bis 17 Uhr haben die dann hier noch auf. Jetzt fällt mir gerade auf, wo mal hier, wo ich gerade hier bin. Wo es hier Lichtschalter gibt. Ah! Guck mal! Ich hab oben das Licht ausgemacht. Leute. Und jetzt? Ich mach überall das Licht aus. Vorne ist Licht an, aus. Ja, ist sehr interessant. Sehr wunderschön. Ich sag ja. Das ist ein Wunderwerk der Technik. Auch noch. Und ähm. Wie gesagt. Das Video wird ein bisschen länger sein. Weil ich ja vorhin schon gedreht habe. Ohne mich. Also ohne mein Gesicht. Wie das ganze Ding aussieht. Und jetzt hier so. Ja. Ich drück mir selbst die Daumen. Es wird wahr werden. Glaubt daran. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Lasst euch nur gut gehen. Bis dann. Ich sitz hier am Steuer. Oh. Yeah. 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 Das ist ein geiles Wohnmobil. Ich schneide das noch zusammen. Yeah. Guck mal. Ich möchte so da fahren. So. So möchte ich damit fahren. Leute. Jo. Das kommt dann zum Schluss noch. Dass ich jetzt einfach mal losfahre. Quatsch. Ha. Also. Ich habe mich entschieden. Ich nehme doch ein Ford. Damit ich auch fortfahren kann. Also Ford. Wie auch immer. Ja. Vielleicht finde ich ja in diesen zwei Jahren. Wo ich noch. Dann an mein Wohnmobil spare. Vielleicht noch ein anderes Modell. Aber dieses hier hat mich echt angetan. Auch mit dem Doppelbett da hinten. Und deswegen wollte ich das noch mal gesagt haben. Dass es mich so angetan hat. Und dass ich nicht mehr wegkomme darüber. Oh. Ich komme nicht mehr raus hier Leute. Ich gebe zu. Aber ich muss ja irgendwann nach Hause wieder. Oder Dzeko Huft. Und mein anderes Auto erstmal noch. Aber. Ich bin positiv. Und optimistisch. Ich arbeite dran. Ciao. Das hier. Ist mein erster. Ist mein erstes Wunsch Wohnmobil. Was ich mir angeguckt habe. Besser gesagt. Was ich letztens auf der Straße gesehen habe. Weil es ist angemeldet. Es gehört auch jemanden. Aber. Es ist wirklich auch 3,5 Tonnen. Ist ein Detlefsen. Und. Ich war richtig verliebt. Bin ich immer noch. Irgendwie. Aber. Ich sage euch. Ich habe ja vorhin das andere gefunden. Also das andere gesehen. Mit diesem Doppelbett. Und das gefällt mir auch sehr gut. Möchte ich mal sagen. Aber den habe ich mir auch von innen angeguckt. Weil derjenige gerade da war. Und. Boah. Und. Ähm. Und. Hier steht der übrigens neben mein Auto. Das ist auch ganz lustig. Hier steht mein Auto. Und der steht daneben. Und. Äh. Ich habe gerade gedacht. Ich muss euch das einfach zeigen. Und muss euch das hier so. Ja. Präsentieren. Und einfach nochmal sagen. Entweder dieses. Also dieses. Wohnmobil. Ja. Oder das was ich. Also ich habe zwei zur Auswahl für 2020. Und. Äh. Ich glaube daran. Irgendeins wird es werden. So. Bis dahin wünsche ich euch wirklich eine schöne Zeit. Und lasst euch nur gut gehen.